Willkommen bei den Wirtschafts-TV-News. Auch im August haben deutsche Unternehmen wieder mehr Waren ins Ausland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte, nahmen die Ausfuhren Saison- und Kalenderbereinigt im Vergleich zum Juli um 1,3 Prozent auf 131,9 Milliarden Euro zu. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Dabei stiegen auch die deutschen Exporte in die Russische Föderation im Juli 2024 gegenüber Juli 2023 um 2,5 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro. Im Juli 2024 lag Russland damit auf Rang 20 der wichtigsten Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb der EU. Im Februar 2022, dem Monat vor dem Angriff auf die Ukraine, hatte Russland noch Rang 5 belegt. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.